So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Guten Morgen Börse gemeinsam mit XTB heute am Mittwoch, den 1. November 2023. Und was wollen wir tun? Wir wollen natürlich einen Blick werfen, vorausschauend auf die FED-Leitzinsentscheidung, die heute Abend ansteht um 19 Uhr unserer Zeit. Durch die Zeitverschiebung findet alles jetzt eine Stunde früher statt. Normalerweise ist 20 Uhr, 20.30 Uhr die Pressekonferenz. Heute können wir uns ein bisschen früher damit auseinandersetzen. 19, 19, 30 und wir wollen einen Blick drauf werfen. Was ist zu erwarten? In welche Richtung müsste die Rhetorik gehen, um eine Überraschung auf den Weg zu bringen? Und vor allem, was hat das für Auswirkungen dann auf den Markt? Einerseits sowohl auf den Aktienbereich, also Aktienindizes ganz besonders. Wir wollen einen Blick werfen auf den S&P, auf den Nasdaq, aber auch auf den DAX. Aber wir wollen auch einen Blick werfen auf Gold und welche Reaktion dort eben dann zutage treten könnte. Bevor wir offiziell starten, allerdings zunächst der Blick auf den Risikoinweis. Die Vision und CFD sind komplexe Handelsinstrumente. Die werden auf Margin getradet, gehen mit dem hohen Risiko hinher, schnell Geld zu verlieren. Seien ausgehend hiervon nicht für jeden Anderger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstellen man bitte sein persönliches Risikoprofil. Und oder lass ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Ladte sich dann auf xdb.com.de kostenlos eine Demo herunter, testen dann risikofrei und schauen, ob der Handel mit diesem Produkt sich für einen eignet. Sofern man das für sich mit Ja beantworten kann, hat man auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu öffnen. Diesbezüglich aller Informationen, vollständige Risikoinweis auf xdb.com.de. Darum hinaus geht es uns gerne die Möglichkeit, mit dem Kundensupport hier in Berlin, dem deutschsprachigen, in Kontakt zu treten. Wenn ihr Fragen haben solltet zu xdb als Broker, zur Kontoeröffnung, zur Handelsplattform, zur Produktpalette, zu, 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 zu. Was auch immer ihr für Fragen haben solltet, kontaktiert den Kundensupport, wie gesagt, gerne. Kontaktdetails folgengleich, zunächst in eigener Sache. Bitte nichts in den folgenden Minuten als Anlageempfehlung müsst verstehen. Es handelt sich um ein rein edukatives, informatives Event. Ihr könnt gerne eure Fragen stellen unterhalb des Videos in der Kommentarfunktion. Ich werde die alle gerne beantworten, auch wenn dann den nächsten Guten Morgen Börse hier entsprechend zum Thema machen. Aber bitte nichts als Anlageempfehlung missverstehen. Hier die versprochenen Kontaktdetails, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, wie es beliebt. Kurz zu xdb als Broker, ausgezeichnet als bester Safety Brokersjahres 2023 von BrokerWahl. Die Kundensupport, die wir geführt haben, findet ihr einmal hier links aufgelistet. Dann habt ihr hier einmal auch einen Überblick über die xStation und die diversen Funktionalitäten. Und dann an dieser Stelle wollen wir genau auf diese xStation jetzt einen Blick werfen. Und wo wir aktuell gerade im DAX stehen, wir haben kurz nach neun. Das bedeutet also kurzer Blick auf die Markteröffnung, die wir hier zu sehen bekommen. Und soma soma rum sind wir eigentlich genau so in die Woche gestartet, wie ich es schon skizziert hatte. Gleich zu Wochenbeginn, wo ich sagte, ein bisschen überdehnt, anmuten. Wir haben potenziell bullische Divergenz, vielleicht rein technischen Zeichen, dass das Moment natürlich auf der Unterseite abspricht. Gegenbewegung wird denkbar. Die Frage, die dann sein wird, das war gestern die Frage ganz besonders, sind wir in der Lage, oberhalb von 14.900 zu halten? Wenn ja, ist es denkbar, dass wir in die FED hinein eine Drift zu sehen bekommen in Richtung der 15.000er-Region und da werden dann die Karten neu gemischt. Und das ist das, wo wir jetzt aktuell gerade tatsächlich stehen. Wir können es hier erkennen, also nicht ganz so sauber, vielleicht sollten wir erst auf die 5-Minuten-Ebene gehen, in dem Fall hier. Und zwar diese 14.900er-Region, die konnte tatsächlich jetzt erobert werden. Wir können es hier erkennen. Wir konnten die jetzt halten. Trading-technisch war das schwer umsetzbar. Ich habe zwei kleine Versuche gestartet gestern. Die sind beide leider mit einem minimalen Verlust, also wirklich mini-mini-Verlust, sind die gestoppt worden. Das war nicht das, was ich mir hatte gewünscht, ehrlich gesagt. Das war nicht das Feedback. Gleich ein dynamischer Break halten und dann weiteres Momentum. Aber über den asiatischen Handel sind wir jetzt dann final doch deutlicher über dieses Niveau gelaufen. Sehen jetzt zur Eröffnung initial einen kurzen Flasch. Und ja, der Fokus, der wird jetzt so ein bisschen auf dieser 14.900, auf dieser Breakout-Region dann eben liegen. Die Frage wird sein, werden wir oberhalb halten können in die Fett hinein? Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kann mir einerseits sehr gut vorstellen, dass wir oberhalb halten in die Fett hinein, eine bullische Drift in Richtung der 15.000 zu sehen bekommen. Aber nochmal, traden möchte ich das nicht. Weder von der Short-Seite sollten wir die 14.900 nicht halten können, noch von der Long-Seite, ausgehend von einem nicht attraktiven Chancelisikoverhältnis. Sondern ich warte wirklich jetzt auf die Leitzinsentscheidung seitens der Fett heute Abend. Hier eingefangen mit dem Kalender, da kann man sehen, FOMC Pressekonferenz 19.30, beziehungsweise Zinsentscheid um 19 Uhr bereits. Und ich sage es auch jetzt schon, es ist nicht so, dass es ein spektakuläres Event wird. Was wirklich wichtig sein wird, werden die Nuancen sein in der gewählten Rhetorik von Fett Chairman Powell auf der Pressekonferenz. Sie sollten nicht erwarten, dass sich in irgendeiner Form etwas im Leitzins bewegt. Mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, das werden wir jetzt hier gleich im Fett-Watch-Tool sehen, hier übrigens der Earnings-Kalender, vielleicht im Einzelteilbereich ganz kurz mal eingeworfen. Heute Plays mit Aussicht auf die Fett, wirklich die für sich selber spielen und dann auch sich ganz kurzfristig darstellen. Da wird mein Fokus heute drauf liegen. Ich möchte mit Ausblick auf die Fett nicht positioniert sein. Das heißt also, mein Fokus wird heute zur Eröffnung auf AMD und auf First Solar liegen. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr auf First Solar. Wen das interessiert, einfach mal in den XTB-Kanal rübergehen. Da hatte ich etwas ausgeführtes, ausführliches Guten Morgen. Also an der Stelle mit einigen Details für einen möglichen Gameplan, der ganz interessant ist. Wer darüber hinausgeht, das vielleicht schriftlich möchte, der schaut mal meinen X-Kanal. Weil da unter Jens Klatt kann man mich finden. Da habt ihr dann auch die Möglichkeit, meinen Gameplan eben tatsächlich zu sehen für First Solar, für den Play. Aber unser Fokus ist hier auf der Fett. Und hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, dass nichts passiert. Wie komme ich dazu, das zu sagen? Jetzt hat sich das ein bisschen verändert. Also nicht ganz hundertprozentige Wahrscheinlichkeit. Jetzt sind es drei aus tausend, die erwarten, dass doch eine Zinsanhebung heute Nachmittag stattfindet, heute Abend stattfindet. Wir sind bei 5,25 bis 5,50 und 99,7 Prozent im Terminmarkt, im Fett-Watch-Tool sagen, es gibt keine Zinsanhebung. Also da wird es keine Überraschung geben. Was interessant sein wird, wird eben sein. Und da sind wir dann bei den Nuancen. Was wird Fett-Germin Powell liefern? 70 Prozent, 72,6 Prozent sind es ganz genau. Aktannehmer im Terminmarkt erwarten, dass es keine Zinsanhebung geben wird im Dezember. Das überrascht. Denn wir erinnern uns kurz daran. Stichwort Economic Projections. Das ist hier das im September veröffentlichte Dokument seitens der US-Notenbank. Da hatten wir im sogenannten Dotplot gesehen, dass die Mehrzahl, also die Vielzahl dieser Punkte, wo jeder Punkt für ein stimmenberechtigtes Fett-Mitglied steht, sagte, Ende 2023 sehen wir den Leitzins bei 5,50 bis 5,75. Also innerhalb dieses Bandes hier, was 25 Basispunkte höher ist als das aktuelle Zinsniveau. Das ist das, was die Fett kommuniziert innerhalb ihrer Economic Projections, aber das ist nicht das, was der Terminmarkt erwartet. Und das wird eben interessant sein. Gibt es eine Bekräftigung? Gibt es eine Bestätigung seitens Jay Powells? Gibt es eine Bekräftigung innerhalb des Fett-Statements heute Abend? Ja, nein. Falls ja, dann wird die Frage sein, wie reagiert der Markt darauf? Ich gehe davon aus, initial erstmal bearish. Also das gilt sowohl für den DAX mit einem Flaschtiefer, härteren Abprall gegen die 15.000, als aber auch für die Equities zum Beispiel in Form des S&P 500 oder Nasdaq 100. Auch Gold sollte nach dem jüngsten Run eher sich schwach dann präsentieren, korrektiv präsentieren nach diesem ziemlich parabolischen Kursanstieg. Jetzt ist die Sache allerdings die, ist das realistisch? Wenn man jetzt alleinstehend nur die BIP-Zahlen zum Beispiel aus der vergangenen Woche nimmt, könnte man sagen, letzte Woche Donnerstag, BIP veröffentlicht worden, 4,9%. Hier kann man sehen, über der Erwartung, erste Schätzung für das dritte Quartal, also summa summarum, könnte man argumentieren, hohe Zinsen haben offensichtlich keine so negative Auswirkung auf die Wirtschaftsleistung der USA. Die Sache ist allerdings, in der Zwischenzeit gab es eine Eskalation seit der letzten Zinsentscheidung in geopolitischer Perspektive im Gazastreifen, Westjordanland und es schwelt auch ein Krieg, nicht nur zwischen Israel und der Hamas, sondern darüber hinausgehend auch vielleicht sogar zwischen den USA und dem Iran und dem Säbelrasen, was man dort ausmachen kann. Militärische Interventionen in der Form erfordern einen geldpolitisch lockeren Kurs. Das wird spannend sein, ob die FED das sich in irgendeiner Form widerspiegeln sieht. Falls ja, wird sich darüber hinausgehen natürlich dann als Reaktion auf den Markt zeigen müssen, wie reagiert der Markt da drauf. Die geldpolitisch lockere Haltung, ein Durchschein lassen, naja, das war es mit geldpolitischen restriktiveren Schritten für dieses Jahr und auch für das nächste Jahr, würde bedeuten, dieser hintere Balken hier, diese 27,4% für Dezember, die würden ausgepreist werden. Also das heißt, die würden noch hier unten wandern, aber die Mehrzahl erwartet eben schon, dass die FED geldpolitisch fertig ist mit weiteren Leitzinsanhebungen. Und so, lange Rede, kurzer Sinn, ohne da jetzt zu sehr durchzudeklinieren. Fakt ist, das wird das sein, worauf es zu warten gilt. Ich kann mir in diesem Zusammenhang, wie gesagt, das hatte ich gerade etwas detaillierter skizziert gehabt in dem Event mit den XDB-Kunden, kann mir vorstellen, dass es einen Spike gibt auf der Oberseite, in solch einem Szenario über die 15.000er Marke, sofern es überhaupt stattfindet. Kann auch durchaus sein, dass gar nichts gesagt wird, dass einfach der Status Quo reformuliert wird, dieser Spike stattfindet. Gehen wir dann über die 15.000er, also halten erstmal hier diese Ausbruchregion. Dann wird die Frage sein, ist das nur ein kurzer Fake-Out nach oben oder sind wir in der Lage, diese zu halten? Sind wir in der Lage zu halten? Dann wäre denkbar, dass wir mit weiteren Aufschlägen in den Wochenschluss konfrontiert uns sehen. Im Falle des DAX ist dann im Windschatten der Wall Street folgend in Richtung dieser übergeordneten Abwärtstrendlinie erstmal laufen, von dort einen Bounce sehen, also einen Rücksetzer sehen, ein höheres Tief ausbilden und dann einen Bruch höher, der dann final vielleicht eine Jahresendrallye einleitet. Das wäre das Szenario Nummer 1. Zweites Szenario ist, wir sehen kurz einen Spike auf der Oberseite, Flashtiefe, aber wir halten ein höheres Tief, vielleicht auch oberhalb von 14.900, müssten wir abwarten und von dort dann die Attacke auf die Trendlinie, hier dann der Rücksetzer und dann der Bounce höher, das wäre ein etwas konservativeres Szenario, vielleicht sogar das wahrscheinlichere Szenario in diesem Fall, für das ich mich begeistern könnte. Und das dritte Szenario ist einfach, dass die FED nochmal reformuliert, doch weitere Zinsannehmungen sind eine Option, wir müssen der Inflation Herr werden und wir sehen, es hat keine konjunkturellen negativen Auswirkungen, Stichwort BIP-Print letzte Woche. Und dann haben wir durchaus das Potenzial, hier nochmal eine Attacke auf die 14.600 auf der Unterseite zu sehen und nochmal tiefer uns entsprechend zu präsentieren. Wie gesagt, das wird das Szenario sein, wir müssen warten, geduldig sein, wie es dann heute Abend eben entsprechend kommt. Die Szenarien sowohl für den S&P als auch für den Nasdaq sind ziemlich identisch. Auf der Oberseite 4.250 im Falle des S&P, du willst eine Rückeroberung, ein Halten oberhalb zu sehen bekommen, du willst im Falle der Qs oder Querschtricht des Nasdaq 100 an der Stelle eine Rückeroberung, ein Halten oberhalb von 14.500, 14.600 Punkten zu sehen bekommen für weitere Aufschläge. Andernfalls Risiko eines erneuten heftigeren Abrells, dann würden wir vielleicht nochmal die Tiefs vom Freitag testen, müssten sehen, ob wir die halten können an dieser Stelle. Ganz besonders spannend, wie gesagt, der Blick vielleicht auf Gold, hier schon auf der 30-Minuten-Ebene, kurz nochmal der vertikale Kursanstieg hier, den wir zu sehen bekommen haben. Jetzt kleiner Rücksetzer, mögliche Doppeltopf-Tendenz vielleicht gegen 2005 US-Dollar pro Feinunze, kurzes jetzt, ja, Rausspiken derer, die sich dann vielleicht mit einer Rückeroberung Long positioniert haben. Jetzt sehen wir einen Rücksetzer. Auch hier gilt es abzuwarten, wie sich die FED präsentiert. Fakt ist auf jeden Fall, und diese Grafik habe ich gerade schon gezeigt gehabt, und die ist ein bisschen älter, die ist aus dem Mai, aber auch für XDB in Halb-Analyse entstanden. Ich habe hier mal in einem Wochenchart in Gold, zurückgehend bis ins Jahr 2000, gezeigt, was passiert ist in Gold, wenn ein Leitzinssenkungszyklus eingesetzt wurde. Also wenn wir nicht nur dann waren, sondern wenn wir dann auch den Leitzins gesenkt gesehen haben. Und was wir haben erkennen können in dem Fall, ist zurückgehend, das gab es ja nicht allzu häufig diese aggressiven Leitzinssenkungszyklen, aber Gold, egal in welchem Umfeld, hat dann sich stark bullish präsentiert für die darauffolgenden 5-6 Jahre, Pi mal Daumen. Daher kommen zum Beispiel dann so Aussagen meinerseits, dass ich sage, sobald der Leitzinssenkungszyklus eingeleitet wird, gehe ich davon aus, dass Gold in den kommenden 5-6 Jahren Potenzial hat, bis 5-6.000 Dollar pro Feinunze zu steigen. Also ich sehe stark bullisches Potenzial, sehe den stark bullischen Break über auf neue Allzeithoos, den man ja auch hier entsprechend erkennen kann. Beim Zusammensumen des Charts, da kann man sehen, potenzielles Triple Top, die halten meistens nie, also in dem Fall gehen wir meistens eher sehr, sehr steil auf der Oberseite, könnte also ein sehr, sehr starker bullischer Breakout-Kandidat sein. Aber nochmal, für uns kurzfristig agierende Trader ist das erstmal nur etwas, was wir im Hinterkopf behalten sollten. Fakt ist, heute werden wir uns erstmal auf die FED konzentrieren, werden abwarten, jegliche Kommunikation, die in irgendeiner Form einen Geldputtisch-lockeren Kurs in Aussicht stellt, ist eher bullisch, mit einer Erörung der 2.000-Dollar-Marke einhergehend, mit dann auch folgender Attacke in den folgenden Tagen auf die Allzeithoos. Alles, was wir in irgendeiner Form restriktiv überraschend sehen oder dergleichen, wäre denkbar, dass es einen kurzen Flush gibt, nochmal Richtung 1.960 eventuell, wo sich dann aber vielleicht schon wieder Käufer finden. Sollten diese sich dann finden, sobald wir auf den untergeordneten Zeitebenen diese Abwärtsstruktur, die sich jetzt in Form dieser Korrektur ausbildet, brechen, wäre das vielleicht auch eine interessante Überlegung, sich dann long zu positionieren, aber auch hier. Wir haben die Dinge, die da kommen, alle Details dann morgen hier im Guten Morgen Börse gemeinsam mit XCB. Happy Trading. Passt auf die Stops auf und viel Erfolg mit der FED heute Abend. Habt euch wohl, macht's gut, bis dann und tschüss.